Halt, stopp, maßlich raus, zwei Meter Abstand. Ja, ja. Im Grunde hat er ja recht. Ist das wohl noch schon? Nee, komm, okay, ist das. Man kann es eigentlich mehr oder weniger fast als Live-God of Games-Ding sehen. So ein bisschen. Schon ewig, ewig her. Okay, letztes Mal auf der Gamescom einfach. Du musst meinen Shoryuken nicht brauchen. Brauchst du nicht! Nein! Wieso, wieso Mashi, wieso gebe ich mir die Mühle ein? Ja, ich muss einfach nur den Abstand verringern hier. Nein, es ist 2020 Abstand. Was ist denn der sympathische? Ja, das ist Berix. Ello, das ist mein Bruder. Musst du das verraten? Es ist ultra peinlich, dass wir verwarzen. Es könnte wieder peinlich sein. Oh, das war doof. Das war... Oh, wieder zurück! Ordentlich. Oh, cool. Ha! Noch ein Bruder. Jo, weiß, Alter! Danke für deine Donate, Mann! So, äh, Tonen wir brauchen. Komm, wir brauchen sogar ein bisschen mehr. Ich habe einen Donate-Song gefunden, Alter. Und jetzt kommt ganz unerwartet... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Sit on that shit, the fucking hell. Oh. Oh, yes. Oh, yes. Habt ihr gemerkt, wie lange die Scheiße einfach anhält, ey? Oh, nein. Oh, nein. Es ist vorbei, jetzt. Nein! Oh, ich hab gegambildt. Oh, no. Ich hab so hart gegambildt. Boah, ich hab ein bisschen Schiss gekriegt. Gibt dein letztes? What? Was ist das denn? Wow, Ryo. Oh, was ist das denn mit dir? Oh, du fucker. Guck, mein Höschen. Nein! Jetzt pass auf. Macht er einfach nichts. Ein neue Taunt, das ist ein Legendary Taunt. Der Typ hat einen Demon. Raging Demon. Er ist ein Raging Demon. Ja, der Taunt ist once every penny. Ah, das ist richtig. Nice. Okay. Das war, äh, das war alte Fähren, die Scheiße. Äh, Local vs. Let's Go. Ich geh mit meiner Namensfetterin Toxic. Äh, ich geh mit meiner Namensfetterin Toxic. Äh, ich nehm Darks and Ashes. Wir essen mit ein bisschen mehr Taktik, mein Freund. Damit mein ich mich. Okay. Ja, dich nicht. Du hast Taktik. Ja. Oh, was war ich? Oh. Let's go. Mach nur so weiter. Fertig. Alter, peng, peng voll in die Fresse. Oh, shit. Oh, wie hab ich den denn gekriegt? Oh, Alter, let's go. Oh, ich hab ihn auch noch gekriegt. Nein. Oh, shit, Schatz. Oh, nein. Oh, nein. Wenn er nicht zu schnell ist, verlangsame ihn doch. Niemals. Wo bleibt da der Spaß, Baby? Kannst du schön behalten. Oh, Gott. Wie, wie kannst du? Was? Was ist denn da passiert? Ich darfst du zufrieden. 1268, das ist schon sehr viel. Okay, okay, okay. Nein, 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 nicht okay. Jo, Toni. Anatool. Anatool. Nice, danke, Toni. Nein. Oh, ich hab ihn doch gekriegt. Oh, Gott. Für einen Moment dachte ich, ich hätte ihn gekriegt. Ja, Katze, Hanber. Halt auf den Ball. Warum? Stimmt. Oh, du hast ihn abgebrochen. Du bist so eine Bitch. Ich soll ihm überlegen, macht er das oder nicht? Weiß er überhaupt, dass man den noch... Ja, 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 hab ich doch einmal in einem anderen Match gehabt. Oh, du fucker, ey. Das Match geht schon wieder viel zu lang. Ja, komm, geh da rein, du Blö... Oh. Oh, das Match geht schon wieder. Oh. 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 Es kam so spät. Ich hab ihn drückt, aber da war ein Zustand durch. Ja. Hier. Viel Spaß damit. Oh, 45. Was heißt denn das? Die mit dem Timerlaufen. Oh, ich guck. Egal, ey. Das stand bei mir plus 45. Das war alter. Bata, ey. Hast du, dass was drübergekommen wäre bei dir? Ja, das waren 45 Blocks. Oh, ja, klar. Kübel. Das hat richtig gelutscht, einfach. Dann spiel doch mit dem Stick. Spiel gleich mit deinem Stick. Hast du Cave Story eigentlich auf Steam? Super altes Game. Mach ich... Super alte Spiele interessieren mich im Scheiß. Boah, ich mach komplett mit daraus jetzt. Boah. Das ist schon eine Schlampe. So... Pfff. Ich bin noch nicht fertig. Warte, hier, kommt mir noch was. Was war das? Das kann sie gar nicht. Puff. Ah, mit dem blanken Arsch ins Gesicht. Okay. 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 Immer den Sidestep und dann den... Den Arsch. Puff. Kassig. Oh. Oh, Mann. Guck euch die Siegerkamera. Hier, Twitch. Suck mein Ass. Lass mich zwei hier auf dem rechten Bein hoch. Juhu. Oh, hast du diesen... Hast du diesen... Diesen Dings-Move, Alter, mit der Brille? Den hab ich ja andauern. Oh. Bitch. Hast du gesehen? Diesen Dings-Move mit den... Händen? Okay. Oh, was? « Juhu! Was, Kosti? Was? Hallo, dass ich ein bestimmtes Aktier상. Was? Der Typ da unten das Handstuhl, wenn mal so ein Nähkill erreicht wurde. Was? Nicht vertippt? Was, Alter? Gusti, fucking hell, Mann. Ah, die Nairobi, ihre Augen sind raus. Man hat einfach ihre Augen so groß und dann hört man nur und weg. Ladies and Gentlemen, der Streep hat sich gerade verabschiedet. Oh, fuck. Oh, shit. Ist einfach... Shit, ey. Fuck. Ey, er macht so ne Scheiße. Weißt du, das ist halt wieder dieses best-of-würdige Ding, keiner glaubt mir. Dann sitzt du auch noch dabei und Ghosti macht dich... Fuck. Ich werde alles leugnen, was ich hier sehe. Stimmt gar nicht. War abgesprochen. Fuck. Damn Ghosti, Bruder. Alter fucking hell, Mann. Warum ist der Typ noch da? Achso, ja, wenn Donate Gold erreicht ist, steht da fuck yeah. Und der bleibt jetzt da für... immer? Warte, lass... Lass mich den doch mal eben wegholen. Ohy, du siehst da. Oh ... Äh ... Was ist denn da das passiert? Was ist denn der Typ? Was ist denn wirklich so denn... Was ist denn da? Was ist denn da ... Ich weiß. Hey, was ist denn ... Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Ich hatte noch ein paar Witz rumliegen, sagt er einfach. Er sagt einfach, ich hatte noch ein paar Witz rumliegen. Er hatte noch ein paar Witz rumliegen. Weißt du, wie viel das ist? Was ist mit dir? Was ist? Was ist? Ich bin so froh, dass unter uns grad keiner wohnt. Alter, ich kann nicht! Was ist das? Und ich bin live dabei, um das zu erleben. Was ist da los? F***ing hell! Jesus! F***! Dude! Da wär aber noch mehr drin. Alter, ich kann nicht! Oh, ich kann nicht! Können wir die Kohle nutzen, um mich in ein Krankenhaus zu fangen? Ist das doch... Kostet nicht viel. Du! F***! Das könnte ich mit ihm nicht lieben, er hat... F***! Er hat noch ein schwaches Herz! Ja, sie... ja... Sparex ist weg, Vollgeist! Auf geht's! Er nennt sich nur... F***ing shit! Weißt du... Ich weiß schon, wie Ghosty einfach aussah. Er kam so ne Ecke... Ich war so... Ich war so... Ich war so... Ich war so... Und dann smackt er... Smackt er mir halt einfach immer so und so... Oh! Oh! Ghosty! Stop! Ghosty! Oh! Das! Ich verstehe! Eigentlich musst du das einfach stehen lassen, was du... Wo denn... Wo soll ich das denn stehen lassen? Ja, mitten im Bild! Warte! 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 Er ist mein kleiner Dude jetzt! Er bleibt jetzt einfach hier! Ghosty! Ghosty! Der ist für dich jetzt! Der bleibt jetzt! Oh! Was ist los mit meinem Magen? Ich krieg plötzlich Magen ab! Habe ich plötzlich ein Flot-Lotto bekommen? Oder was hier passiert? Oh! Weil mal grummelt mein Bauch so plötzlich! Ist einfach too much! Oh Gott! Weißt du was? Gewinn das Match meine Dinge! Shit! Oh! Immerhin gewinn ich das Match! Ist okay! Wir haben nur Gewinner hier! Armelschwein für XD! Was? Hör doch auf! Er hätte doch so ein Gnaden-Euro! So ein Gnaden-Euro! Direkt in die Fresse! Ich muss jetzt erstmal selber herausfinden! Ja! Ich spiele erstmal! Okay! Ich guck mir den Typen hier unten an! Ist das die richtige Rede? Ich guck mir den hier an! Tony Salami hat auch noch einen reingeflucht! Alter! Was wird einem vorspielen und nachspielen? Was? Ach, ich hab's nicht richtig mitbekommen! Es tut mir leid! Der andere Controller vibriert mit! Der andere Controller ist noch active! Okay, ich hab Spring gefunden! Ich hab Hechten gefunden! Okay, super! Steh wieder auf, du Eule! Danke! Wir können mit zwei Pads einen Spieler kontrollieren! Ja, das ist natürlich hilfreich! Guck dir doch! Guck dir doch! Guck dir doch! Guck dir doch! Nein, ich mach's nicht! Wie soll ich denn gewinnen? Nein, ich halte das... Ich halte das Pad nur fest, weil's halt auf der Pads noch mal die ganze Welt ist und hat. Season 2 bringt doch mehr Multiplayer... Äh... Mehr Team-Games rein! Komm, steh auf! Los, los, los! Rennt! Rennt davon, ist die Ziemi nicht! Du hast... Du hast überlebt die erste Phase! Nice! Ich weiß gar nicht, was ihr habt! Einfaches Spiel! Easy! Ich hab keine Ahnung mehr! Ich würd's vielleicht auf Masse hoffen! Also... Ich bin ein Genius! Hast du die Trottel gesehen? Ah! Banane war... Irgendwo anders! Setz auf Masse! Setz auf Masse! Hallo, Jungs! Boah, die ersten drei sind schon drinnen... Vier... Oh, Scheiße! Ach, was ist hier los?! Oh... Die ist schon mehr so der Puzzler... Ja, die ist halt auch das Brain in der Family... Hä? Was ist denn Brain? Boah, die hier, die sind alle unbrainig! Was soll das?! Seid ihr beknattert?! Was ist denn? 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 Ich hab' immer die Fresse... Wenn ich was trinke, Mann! Hör doch auf zu trinken! Ist das meine Schuld?! Ist das meine Schuld?! Seid ihr alle beknattert?! Kennt einer von euch den Ausdruck? Bin beknattert einfach! Bin beknattert! Hör doch auf! Mai, 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 Mai... Willkommen bei der Wochenshow! Ich weiss das nicht maternal Tamil, ihre Seine! Willkommen malte den Wettbewerden deurschen können! Soll ich das machen? Ich kann das von dir aus gli anderem. Ja über清 나가, geht es weiter! Ja? Easy پo Passover! Okay, ich geh' hier zu dem Mänchen und tanz' mit ihnen ein bisschen... Vor Caro, ey oh, oh! Du musst dich jetzt auf die VIP konzentrieren! auf ihn lachen! Du musst dich jetzt auf die VIP konzentrieren auf zu lachen! Der wollte unbedingt dein Freund sein. Weißt du, die Stage ist halt eh einfach komplett broken. Aber das fehlt nicht, weil ich ja für dich versucht hab zu spielen. Wir haben noch anderen Shit zu tun. Auch wenn das Spiel lustig ist. Ja, er hat recht. Wir haben straffes Programm. Okay, ich bin gleich wieder da. Achso, soll ich die Leute wieder unterhalten? Ja, aber selbstverständlich. Das ist so gut, du musst eigentlich öfters hier sein. Du brauchst kein Pausescreen einfach. Das ist halt einfach richtig gut. Er bezahlt mich aber nicht dafür. Gut, dann... Nein, ich bin nie aus Spaß. Ich gehe, es fährt bestimmt noch ein Zug nach Hause. Ja, viel Spaß mitten im Dorf um die Uhrzeit. Ist mir egal, da kann ich unterwegs wenigstens Erfahrungspunkte sammeln. Es hat noch ein bisschen so auf. Ach nee, das ist so weit weg. So. Ein bisschen mehr... Bisschen mehr... Da marsch. Ja, du musst halt auch dodgen, Alter. Was machst du denn? Wie frisst du dir so viel an? Oh nein. Hätte mich! Hätte mich! Nein. Ja, und je nachdem... Fuck, haben wir was gesagt? Ja. Revive mich! Wie fliegt denn? Nice, einfach so fortgesehen. Nice! Ich muss hier nur ausweichen. Yo! Rod Ripperino! Äh... Ripperino! Äh, warte... Rod... Rod Ripper... Ripperino? Yo, Rod... Was geht? Danke für deine Forderung. Ich löste Ripperino! Ja, ich weiß auch nicht, wie du auf Ripperino gekommen bist. Da steht's hier. Rod... Rod... Rodri... Rodri... Nee... Rodri... Rodri... Ripperino! 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 Hahaha! Hahaha! Ripperino! Vorsicht! Vorsicht ist nicht aussagekräftig genug! Fff... Ooooooh! Scroll doch! Ist das dein Scheiß-Erst? Aha! Warte mal. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich hab den irgendwie nicht gesehen. Was? Motherfuck McMuffin? Motherfuck McMuffin. Das ist Motherfuck McMuffin. Das ist McMuffin. Das ist McMuffin. Das ist McMuffin. Nein! Wir haben ein bisschen gedashed. Ich weiß auch nicht. I'm so sorry. Ich bin natürlich ungedashed. Also meine Ex hätte das Sugar Castle einfach das Unstand weggeschränkt. Inhaliert hätte ich. Motherfucker! Motherfucker! Nein! Warum hätte ich gejamt? Ich hab ein Auge gefingert. Einfach so voll rein. Bis zum Freien durch. Erotischer wird's heute nicht mehr. Einfach voll rein gefingert. Mann! Oh Mann, ich wollte gerade meine Special zünden. Meine Ulti. Meine Super. Nerf this! Ihr wisst schon. Jetzt oder was? Was? Nein! Andrew, du wirst Cheers! Scheiße, ich komm nicht mehr! Parry mich! Ach, geh die kaputt? Nein, irgendwie nicht. Scheiße, du wirst doch. Nein, 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 nein. Ich komm nicht. Fuck, naaa. Fuck! Nein, du Drecksau! Das ist schon richtig. Mann, ey. Der eine hat uns Köpfe. Beide gefangen, das geht ja gar nicht. Wie viele jetzt die aushalten. So, danke für den Follower. Tony Salami. Der hat voll küriert Sparex. Wo bin ich? Und hallo, Sparex. Nein! Für dein Follower. Trinkort. Sparex. Der gute alte Sparex. Zwei Stück sind noch da, ich glaube ich presse zu viele. Nein, nehm. Nehm, Alter, bist ja Hungergang eh vergangen. Sparex, Alter. Guck mal, die Nairobi hat mir einfach sowas vorbeigebracht. Hello! Die sehen gar nicht so lecker aus. Oh, Schül. Nein, lecker nicht. Aber süß. Ja. Aber süß, der kleine Bubel. Und was diese Challenge genau ist, das erfahrt ihr nach einem kleinen Werbespot. Oh nein, der Werbespot. Oh nein. Okay, pass auf. Ultimate Cringe incoming in 3, 2, 1. Fuck it. Eig... Oh. Ich bin Kämer. Ich bin Kämer. Ich bin Kämer. Ich bin Kämer. Wir hatten noch sehr viel Luft nach oben. Übrigens. Plötzlich ein Meter kleiner. Jedes Genre wird durchgeknallt. Jedes Genre wird durchgeknallt? Habe ich gesagt, jedes Genre wird durchgeknallt? Es tut leid, aber meine Cap hier. Ich sweate da drunter grad so hart einfach. Oh fuck. K.O. Ja, Reaper, ich weiß. Guck einfach nicht hin. Sei Bitch. Guck nicht rein, Reaper. Boi. 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 Ich heiße Let's Plays wie die Pest. Aber Das ist so geil, dass ich einfach Ich hab das Konzept Weißt du, der Typ, der jeden Tag Willstens ein Video raushaut Ich hab das Konzept von Let's Plays zu dem Zeitpunkt nicht verstanden Und ich versteh's immer noch nicht Noch nicht richtig Der geht einfach 10 Sekunden lang Ich schwör's euch, ich dehm den Und der geht einfach und hört dann auf nur den hier Bring, ha, bring, ha Bring, ha Bring, ha Bring, ha Gekau, sie ist auch weg Warte, mach mal lauter Was war hier Warum steht der da Will er da hinpinkeln Und wir sollen ihm zugucken Nein, Sparricks, kommt nicht Ich wollte euch eine Kleinigkeit Was? Was? Sparricks, warum? Was? Und jetzt hier Das hier Wir machen's einfach einmal Von hinten Sparricks Halsmaul Warte, warte, warte Ich brauch keinen Tipp Ich brauch keinen Tipp Du brauchst keinen Tipp Nein Denn ich weiß es Du weißt es Ich weiß es Ja? Ich kaufe ein Vokal, es ist das Q und ich möchte lösen Es ist fucking Unreal Tournament gewesen Unreal Tournament 2K4 Oh Du hast mich grad ein bisschen verwirrt Als du gesagt hast, du kaufst einen Vokal in den Kuh Es wird von NES Securion Console So gut lieb Oh Skipp den Scheiß Skipp den Scheiß Skipp den Scheiß Ich hätt's nicht gewusst Uh, war einfach Jetzt kommt Tetris Mortal Kombat Ja, wenn jetzt Tetris kommt Ich such sofort Oh, es ist nicht Tetris Aber es ist genauso einfach und episch zugleich Das ist viel zu easy Ja, vielleicht kommt's noch Machst du jetzt extra laut? Ja, klar Wir müssen uns konzentrieren Let's go Okay, okay Wir lassen laufen Megaman 2 Tetris Tetris Donkey Kong Country 1 Sonic Fucking hell Magical Zui Ja Ich hasse diesen Typen Wow Ja Wir haben Rollenspiels aber richtig Megaman 2 Mortal Kombat Nein! Nein, es ist Halo Nein, es ist Halo Verdammt Fuck you Alter, der Gong Der hat ihn einfach komplett rausgesagt Fuck Ich dachte auch so, als wäre das Mortal Kombat Theme Aber nein, es ist fucking Halo Unimusha Weißt du? Honey Pop einfach Honey Pop einfach Oh Mann Oh Oh, da hab ich nochmal Glück gehabt Weil du komplett falsch gegessen hast Schweinerei Zelda Ocarina of Time So, wenn dann vollständig Benjo Nein Fuck Dieser andere Hegel Crash Bandicoot Mann Ja Okay Das Crash Bandicoot Der andere Hegel Der andere komplette Wander Wir haben fast schon viel gesteckt Von dem Idioten Stimmt Mann Ich kam nicht auf sein Ich hab... Dieses Gesicht hatte ich vor Augen Ich kam nicht auf den Namen Bis du Krug gesagt hast Dann wusste ich es auch mal Das Super Mario Applegel Nein! Nein! Punch Out! Oh fuck Ich geh doch vor Nein! Skyrim Motherfucker Dovakin Scheiße Dovakin Lutsch mein Skyrim Metal Gear Solid Ich würd sagen unentschieden Super Mario Galaxy Du hast schneller angefangen Oh Fuckin hell Super Mario Sunshine Nein! Doch! Ja Ich bedanke mich bei dir Dass du die ganze Scharade mitgemacht hast Ja ich bedanke mich Dass ich mal mitmachen durfte Das war sehr witzig Okay Leute Ey Ich wünsche euch was Eine wunderschöne gute Nacht Ich euch auch Wir sehen uns Dann Demnächst Also bis dahin euer Sparex Und euer Anondi Also bis dahin Tschüss Ciao Und Tudeloo Und tschüss Tudeloo Und tschüss Tudeloo Der warst War halt wirklich mega witzig Das nächste Mal vielleicht nicht unbedingt nochmal 12 Stunden Das war ganz schön lang Ähm Auch bedanke ich mich bei den ganzen Supportern Und äh Äh Ja Und dann wird es demnächst Konsolen Kram geben Unter anderem von der Switch Ich werde mir noch einen Split dazu legen Damit ich auch PS3 spielen kann Und dann Schauen wir mal Wie das Ganze So laufen wird Gut Ich wünsche euch noch Einen wunderschönen Guten Morgen Guten Abend Und äh Falls wir uns nicht mehr sehen Gute Nacht Ja Das war es eigentlich Wollte eigentlich auch nur mal an der Stelle nochmal Danke sagen Und Bis zum nächsten Mal Also bis dahin Heißt Beriks Tschüss Tschau Und